13 aka der Anime-Kenner Yes! Und ich spiele ein bisschen One for All Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr das mal auf Youtube seht Whatever Geht auf seinen Account Guckt euch seine Videos, niceer Typ So, was haben wir denn jetzt? Ich hoffe, mein Internet hält heute stand, weil ich hatte gestern einige Probleme Ich bin gleich nicht mehr abgebrochen, also Internet war immer ja broke Mhm Ja, wird schon gell, bei mir Bei mir hat's auch halt ein bisschen rumgespullen So Jetzt hauern weg Boah, ich hab jetzt die Sprang geklaut E-Loud? Was hast du gegen E-Loud? Ja, brauche ich nicht im Fünferpack, ey Das ist bestimmt ein Lachsan weg, klar Das ist ein Lachsan weg Oh mein Gott, Freunde Ich hab mir heute Im E-Legar Einen Sirup gekauft von Mountain Dew, Junge Kennst du Mountain Dew, Steven? Ja, ja, ja Und das mischst du mit Water Und das schmeckt einfach 1-2-1, mega insane Silien willst du spielen? Waaah Ah Mist, ich hab mich verguckt Ich hab das du jetzt Silien gespielt Äh, reingemacht Nocturne, komm schon Ah Igitt Ich hab mich verguckt Ich hab das du jetzt Silien reingemacht Igitt Ich hab mir gedacht, okay Spiel mal Silien, auch kein Problem Und dann mach ich rein und denk so Scheiße, falsch hingeguckt Egal Die machen wir jetzt nass Müssen wir halt einen passenden Gegner champ haben, ey Ja Gestern hatten wir ja so Silien und es war Bös, ekelhaft Aber am Schluss haben wir dann doch gewonnen Mit David, war das Mhm Du bist, äh, du kriegst halt ein Yasuo und so schlecht Ja Aber am Anfang war es schon richtig widerlich Das glaube ich Ja So Uuuuh Dann schauen wir mal wie das jetzt wird, oder? Hm Ziemlich, ne? Ja, und wegen, äh Chicksawman, was? Ja, Chicksawman Da müssen wir echt Weil ich hab da, ich hab da einen echten coolen Trailer gesehen und das ist wirklich echt gehypt, dieses Anime Mhm Wir haben, wir haben, wir haben 6 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 6 Könnt aber noch, halbwegs Ja, schauen wir mal, wird, wird interessant, sag ich mal Mal sehen, welche Bombe, welche Bombe richtig gut reinhaut Ja, hauptsache Hauptsache Bomben verteilen, wallah Ja, das ist schon heftig Ja, wir haben Bomben Oh, kurz mein Tattoo hier eincremen, Leute Bum, blum, 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 blum Da, fresh, fresh Ich hab mal Axan da auf dem Mode gespielt und hab mir gedacht, oh cool, kann ich das erstmal spielen Dann haben sie einfach reingedrollt, die sind einfach bis zur Basis reingelaufen immer Ja Das heißt, ich konnte gerne testen Nice, hat man richtig Bock drauf auf sowas Ja, das ist so Können sie im Rank machen Also die Gegner Ja Hey, Tattoo ist eingecremt, los Geht's, Leute Was hast du dir eingecremt? Mein Tattoo hab ich eingecremt Achso Was hast du? So Ich bin gespannt, ey Ich bin gespannt, ey Was hast du da drauf? Was? Und wenn es keiner von beiden ist Dann weiß ich auch nicht, wer es ist Guck mal So So Oh, da sind System Immer schön Doppelbombe Die ich nicht getroffen hab Haha Wir haben schon mal richtig gut los Nicht schön Ah, der wie so ein Space, ne Ja Ja Ernst? Oh 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 Gott, ah Na gut, ging tics, der hat alles viel zu viel Scheiße dir rumfliegt, man Dann geh'n mal weg, bleib' hier Weiß nicht mal, ob das deine Bomben oder meine Bomben ist, oder? Ah, leh A Das war eine und meine Ah, das ist auf Uhhh 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 Uhhhh, war's klauen Komma Mit voll speed Uhhhh Easy Gerechter Mach ich aber weg. Max Geschwindigkeit. Aua. Wir müssen die immer schön mit Doppelbomben machen, also immer schön drauf einfach. Drauf einfach. Drauf. Ist er nicht. Oh. Fiki, was machst du da vorne? Zurück. Zurück. Und aus. Die haben keinen Mala hinterher. Oh. 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 Close. Oh. 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 Alle gehen die uns auf den Sack, also Ziggs ist echt Ziggs, get back, get back, get back Oh, meine Freundin ist drauf, das geht ja immer gar nicht Oh, der Tower mich direkt angreift, wieso? Oh, Steven, der Tower Zwist, ich hab dich gesehen Ja, gut Na, es ist ekelhaft Na, Everfrost brauch ich da gar nicht gehen, die sind viel zu weit weg Vollspeed nach unten So So Ein neues Sieben, kauf dir als erstes immer das müffig, nicht die Schuhe ausbauen Oh, der ist alleine Das war ein Damage ziehen, was auch, ey Mehr als wir Wie so Pass auf Das war deine Ult, ne? Also wenn du denkst, du stirbst, machst du auf dich selbst Ne, ich geh aber erstmal weg, Achtung Ich geh aber erstmal weg, Achtung Ach, mein Ach, wie ein Schaden, ne? Was haben die denn schon? Die haben doch nicht mehr items auf wir Wir müssen die halt eigentlich catchen mit einer 4er-Kombo und dann können wir einen easy umbringen, weil wir auch noch nicht Damage auf der Queue haben eigentlich Geht mal ein Sprutter Und wer wird nicht schwer Ja Geht mal ein 1 1 1 1 1 3 2 hau'a hau'a mach um hau'a oh no scheiße rein bring um sehr gut so widerliches game hau'a 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 zix ist halt ein richtig heutiger gegner ja top lane ist schon eklig anschein aber lass mal mehr da auch jetzt mit den anderen rumrennen übermacht an syliens macht es einfach hau'a 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 da oben rennen sei weil da rennen sei ja fein hau'a hau'a ja schreiner ja 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 hau'a hau'a ja hau'a 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 ich sterbe einfach oh gut geholen nice hau'a 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 ich bin nicht weggekommen hm hm zumal ist dass sie halt viel mehr range haben äh hätten wir jetzt einen meleechimp als Gegner aber wäre das anders aus hm 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 hau'a 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 bo ch hau'a hau'a Nein. Ah, die werden jetzt wahrscheinlich auch einfach alle die Rufels hierher schmeißen. Oh, hier haben sie ja gekriegt. Oh no! Also... Nice! So muss es sein. Und tot. Was für ein Exklusionsfest, ey. Aber hier explodiert soviel Schild. Sieben, geh du mal Bot-Line und mach mal die Bühne. Äh, Slow-Push quasi. Also, push die Wave rein. Also, das ist ein Exklusionsfest. Und das ist ein Exklusionsfest. Und das ist ein Exklusionsfest. So, sind alle weg. Wir haben halt auch keine Vision. Nix. Oh no! Das ist ein Passant. Das ist ein Passant. Das ist ein Passant. Als ob es nicht gereicht hat. Das ist ein Passant. Das ist ein Passant. 3 zuschauer was geht ab und frisch wenn er nicht mal diesen dreckstower hier schaffen alle ich habe nicht einen tower so spät Ich hab die ult gedrückt, shiiiit Den Tau holen wir doch jetzt Oh no Als ob Nice Geh mal back und dann top lane Hat auch CP Einfach die Bomben drauf Ah krass Ah da kommst du immer weg ey scheitere Ah Ich komme Oh shit Als ob ich direkt tot war Komm Hey haben wir neuen Follower, was geht ab? Dankeschön Sehr schön Hahahaha Los, wir auch wieder lieben Ein Ein komm ich hinten dran Komm her Jun Komm her noch mit der Junge Komm her Juhu Juhu Euer really Hell Was ist der Aushell der Typ? Okay, das Blatt gewendet anscheinend ein bisschen. Was? Das Blatt anscheinend ein bisschen gewendet Steven. Ja, auf jeden Fall. Was ist der Aushell? Was ist der Aushell? Okay. Manu. Da ist ja kein Board für die andere Seite. Oh no! Oh no! No! Ah top! Scheiße! 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 Ah da sind wir alle dead. sein aber sind direkt unter oder symmetrical ggwp Terrorists win Terrorists win GG poppy smelly socks So Lass mal Haram spielen, David ist auch am Start Was? Lass mal Haram spielen David ist auch am Start Ich hab dich verstanden, Sieben Ja, ich hab dich verstanden Dann mach da hin Auf den Ding Auf den Haram Ach stimmt Odin Ne Odelin 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 So, da ist er schon, lass mal auf den Server gehen Geht's hin Geht's Oh, es geht Ja Von Stream und so Bleibt der Anish mal gerne Reise Ja, weil die alles frisch Ja, weil die alles frisch Dorian Was? Gain Oh, nicht viel Was? Nicht viel Ach so Evelyn Evelyn David hat Darius Again Hm Was haben wir denn da? AD AP AP Spiel bitte Nicht AD Carry Trash Nee Hahaha Ich überleg noch Ich hab einen Reroll oder dann nehme ich was von oben Hm Na komm die Menge Na Haben wir einen neuen Zuschauer am Start Was geht ab? Bisschen Aram Na Bargada Yo, David, ich hab im Edeka Jetzt Habe ich Mountain Dew Sirup entdeckt Ja, dann bist du wach in Nu Ja, und es schmeckt echt Original Wie bei Disco Stu Disco Stu Wacht einen Abgang, weil das Kid ist nicht von ihm Wie Nu Der Typ war echt manchmal, da hat er Sprüche drauf gehabt, ey Ich hab nachher mal Bock, äh, Dead by Daylight ein bisschen zu zogern David Was, 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 was? Dead by Daylight später ein bisschen Ähm Oder musst du Diablo hochdrücken Nee Ich hab da schon Da ist Da ist sogar jetzt So mit besonderen Waffen Und ich hab halt direkt eine getroppt Echt? Der hat einfach mal 110% mehr Schaden gegeben Nervig, Tev Nice How did you do that? How did you do that? How did you do that? So, haben wir schon reingeladen Was für einen Geekner Wie ist denn Nehm Was für einen Geekner? Das ist ein Geekner An ich dir Geekner Er geht uns. Er geht uns doch nicht. Ah, wacke. Oh, Minion Feeden. Make it bigger and better. Ich hab hier wieder so'n Thumb Kench, der einfach alles wegtankt, alle. Hab ich ja bald heute Nacht Albträume gegeben, von dem gestern, von dem Thumb Kench, alle? Echt. Das war echt, alle. Haben wir das eigentlich gewonnen gehabt? Nee. Wir hatten das, äh, Syllian gegen, äh, Yasuo, das hatten wir gewonnen. Yasuo, ja. Haha, da kommt mein Out-Attack hinhergeflogen, Spaghetti-Code-Regel. Alles. Nice. Haha! Nein! Ich dachte, sie Ignite wär noch aufm Kassadin drauf, aber es war schon aus. Oh, nein! Oh, nein! Das cool ist, als ich mit meinem HP Damage schon wenigstens gut schaden mache. Ich habe am Crud, war alle! Oh dieser Panda! Da ist er, wo ist er, da ist er Reindra Na, Bacala Hallo Hallo, du gehst doch hin Oh, ich hab ein Problem halt Oh, da ist noch ein bisschen bleh, ey Ah, dead An sich sah es schön aus Ja, Mann Ja, wir hatten halt, du warst da vorne und wir da hinten Ja, ich war halt viel zu weit weg, genau Ja, 2 für 2, ist okay Ja, ist okay Ja, das ist ja Ja, das ist ja Blechpirat, 88, was geht, rein, so sieht es aus Rrrr Kampfschrei Nein Oh, der, der Dreckige Nein Oh no Oh no Oh no Na, wie geht's ja ganz gut und selbst Schon länger wieder mal nicht gesehen gehabt War dir alles frisch Oh no Ah, das steht Oh, Echo geht Echo wills wissen Willi wills wissen Willi wills wissen Nein, 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 nein Stopp Ich hab mich gebissen, bevor ich ihn beißen konnte Aber gut funktioniert diesmal Hey Crash, hab ich schneller, ich bekomme mal Oh, ist richtig rein in meine Q Ja, so weit, so gut, hab heute mein Handtattoo machen lassen Oh, nice, aber auch neues Blechpirat, hier Viking Style Die wollten ein Handtattoo machen lassen Ich hab, du meinst, dein anderes Tattoo, wo du eingecremter Der Blechpirat hat geschrieben, er hat sich ein Handtattoo stechen lassen Ach so Nicht ich, ich hab mir jetzt nicht random noch ein Tattoo stechen lassen Ja, wer weiß Für nachts, äh Oh, Momentan, Wallah, mit der Gabel Ihre Weil ich n harter Typ bin, haha Ähm, ja, muss halt leider viel arbeiten, wenn ich kann, schau ich nochmal bei dir rein Voll, Ehre, Ehre Warum nicht rein? Ja, manchmal muss man halt raus, ne Wenn man reingeht, geht man ja raus Zuschauer weg, ekel Da bist du noch so am streamen zurzeit? Ah, ich bin gar nicht mehr so am gucken auf Twitch, ich stream einfach nur noch Aber nur zocken Du geh rein Oh, komm Oh, komm Ach, ich bin jetzt Nein Nein Ah, ja cool, Glückwunsch, ey. Und hat viel Spaß in der Hinsicht, ne? So, was haben wir denn da? Wir haben noch einen Weg, wir haben noch einen Weg. Und vier Zuschauer haben wir schon, was, wie? Oh, fuck, oh, fuck. Ah, ist auf. Der ist tot, der ist tot. Oh, lol. Oh, als er auch mal wegkommt. Ja, man, hol dir mal lol, das macht ganz Bock. Natürlich frisst es ein halbes Leben, aber macht schon Spaß. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot, der Trundle. Oh. Oh, nein. Aach. Oh, nein. Eh, ich ruine. Oh. Und hab ich ab, welches Leben, mein Leben wurde von der Frau einkassiert, sie ist der Teufel. Ja gut, meine Frau ist arbeiten, mein Leben kassiert ist zocken, voila. Heißt doch, heißt doch, du kannst nur zocken, wenn da die Frau arbeiten ist. Nee, aber da kann ich halt am längsten zocken. Ja, aber gut, wünsch dir viel Spaß und Erfolg und Glück und sonst was. Alles Erdenkliche, mein Freund. Klatscht, der Darius ist alle weg. Ja, wenn es nur so wäre, wenn es nur so wäre. Also ich würde auf jeden Fall annehmen, würdest du so viel verdienen. Dass die Arbeit geht, nicht zocken und das ist natürlich. Hätte ich nichts gegen, ganz ehrlich. Ich bin gefressen. Oh shit. Geil, ich muss nicht sterben. Nein, als ob, der so ne Range hat! Ah, Alter. Die Kacke. Oh no. Hm. Ich freu mich ja, dass es ihr hier so gut geht, aber nach draußen tut der Krieg. Unbezahlt. Ach, come on, man. So lange in der Luft. Lass dich jetzt nebenbei laufen, was gute Nachtgeschichte voll ist. Jawoll, dann schöne Grüße vom Fresswander an alle. Seht mal schön die Story vor. Ich hab gleich wieder Verwandlung ab. Nein. Nein. Ich hab glaube ich einen DC. Nein. Ja, du stehst hier rum. Ah ne, du läufst zurück. Okay, disconnected. Ah, bisschen am Discord, oder? Ja, ja. Ja. Ich hab gestern hatte ich auch Verbindungsprobleme. Ey, da, wie du mir noch geschrieben hattest, ne? Ja. Da direkt hatte ich Internet weg. Ja, ich hab kurz drauf aus Internet weg. Für 20 Minuten oder sowas weg. Und heute hat man auch mal Probleme, hat Ramona gemeint. Ja, da bin ich wieder. Der kommt zurück. Ja. Hat jetzt nicht so geklappt, wie ich das mir im Kopf ausgemalt hatte. Aber egal. Aber wer das gebraked hat. Lott bringt's einfach alle im Solo rum. Ach, Mann, zu spät. Als ob der so ne Range hat, was kann ich mir doch nicht erzählen. Ah lol, da war der so schnell tot, wo ich mal Schemal drauf hatte. Nice. Kau, ich lebe halt die Kille, Leute. Ah, die Graves-Ul hat mich ausgeknackt. Oh, sind die eklig. Oh, so close. Warum stirbt der denn nicht? So close. Oh no. Ah, jetzt. Ja, wow. Jetzt bringt der mir auch nichts, ey. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Stehen geblieben. Ah, der ist ja schnell. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Okay, her start. Nein! Warte! Stunden! Klaas! Diese... Oh no... Run, Silvia, run! Ah, that's a VCC, digga! No! Nein! Oh no! Aua! Oh shit! Manchmal denke ich mir, das ist irgendwie einfach so... Matrix-Hack. Wenn er da so lange angeschwenscht hat. Jawoll! Jetzt! Und weg ist er! Und der nächste! Jetzt wird durchgebuttert! Serious räumt auf! Jawoll, jetzt geht's! 20 Kills hat er regiert! Ich bin bei dir! 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 Ich kann dich nicht bewegen! Haha! War er geblockt oder was? Ja! Nice! Nicer! Nincere! Boah! Wie du denn? Äh, die Hexenziegel-Mission abgeschossen. Hast du dir deinen Pass auch geholt, David, dieses Mal? Naja. Das war auch das erste und das letzte Mal. Oh, and again. Hinein. In the fun. Ja, das ist gerade eh halt Bock immer. Vor allem mit so'n Carry Darius da ist es schon nice. Oh, Lux. Mhh, lecker, das schmeckt. Oh, David hat MF. Echo will tauschen, kann er knicken. Schau mal, was wir da jetzt für Gegner kriegen. Weil wir haben eigentlich schon ein relativ starkes Team, würde ich sagen. Ob nicht, hauen wir richtig in den Boden. Ungespitzt natürlich. Ungespitzt. Ungespitzt. Genau. Ja, ja. Oh. Run, boy, run. Run, boy, run. Run, 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 run. Oh, die Kaiser, alle. Haben die Gegners. Und Amnibia. Oh no. Oh no. Und 5 Zuschauer haben wir ja was gehabt. Schön, dass er reinschaut. Wollte mich oder den Draven haben. Auf jeden Fall hat es keinen gekriegt. Oh oh. Das war geflasht. Oh, der Slow des Todes. Ich habe keinen Shield. Jaaaah. Oha. Easy. 5 Zuschauer, Alter. 11 Uhr. Nice. Jaaaah. Fühlst du ab hier oder AD? MF? Ja. Jaaaah. Adi. Da. Oh. 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 Ich bin hier eigentlich nur noch Aram und den Modus, den es gibt. Ich habe glaube ich das letzte Rank oder das letzte Normal oder Draft schon ewig her. Oh Gott. Ähm. Ja, das war auch hier Spellbook Shit war ja auch am Start. Vor Spellbook war mein letztes richtiges Normal Game. Gut, das ist ja auch keine Norm. ne ich meine vor Spellbook habe ich das letzte Norme gespielt seitdem nur Spellbook, Aram oder jetzt Wann4All halt meine Sonic-Kill ist die letzte Zeit auf 5 Minuten hoch echt? ja bist du so gut geworden Steven wahrscheinlich ist einfach Faker nice woher hättest du? ich dachte es wäre noch schneller ja meileide nein nice was ist denn? Jo Steam zurück ich hab nur noch den Mörbelkaiser irgendwo da war hab ich gemerkt ne und über den Menno zerstöhnt ein ständiger Gegensatz was denn sein Plan was sein Plan war weiß keiner ey oh habt ihr denn noch Wurst hinter der Theke? der Kunde der Kunde drückt sein Face durch die Glasscheibe nein haben wir nicht alles klar ich mach halt noch gar keinen Schaden alle oh helfe kommt oh das Schild die die schau kurz die 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 Nein, du Sau! Komm, komm! Nein! Nein, du Sau! Komm doch her, du Sau! Nein! Weihau, wirah nix! Ach, Alter, der Draven einfach durch! Ach, Alter, was du weißt? Ach, hätte der Flanke angehalten müssen, vorher. mein geist und körper ist voller hoffnung geschwindelt im stamm och ich kann ja eh nix mehr kaufen NEVER WEIN NEVER WEIN Schaut uns an 5 Leute gucken zu keiner benutzt den Chat Ehre ich kann die Dunkelheit in meinem Herzen nicht leuchten doch ich gebe ihr nicht nach Beat Saber hier Fuck Du hast nicht geplant Ah wir haben schon ekelhaft geholt he 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 genau ja 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 Alter 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 No shit Terminiert No shit Komm her Servus Servus Der Weltraum schimmert in seiner Unendlichkeit Heee Heee Oh Oh Schade Oh Shit Oh shit Oh shit He was dead 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 ist immer gut Haha dead habe ich da am liebsten Hehehe Ich kann natürlich nur von Läufen Gut war Oh da Ja Alter Alter Oh 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 shit Hehehe Ciao Ciao Kakao Oh 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 ob es nicht mehr okay oh no mir wird angezeigt, dass die Umarmung des Seraphens 6000 das ist oh shit da ist ein klech Oh Oh Scheiße! Gegnerisch an Teppelkill Ich war auf einmal verdreht Ohohoi! Danke! Ja! Ich hab's noch erwischt! Pass auf! Nice! Alter, mach das Schaden Ja! 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 Ich bin nicht weggekommen, ey. Okay. Okay. Als ob. Wie ich ihn weggemacht hab. Jawohl. Ich hab den kill mit dem. Kill. Komm, gönn dir die Kekse, Junge. Ich hab ihn weggezogen. Ich hab ihn weggezogen. Ich hab ihn weggezogen. Oh ne, what? Oh shit Oh shit Nur 25 Sekunden cool dann auf der Ult Oh shit Yo what? Scheiße Boah, gleich wird mein Stab dick Ich nicht Ah, jugendfrei an Ah, ich mein Stab des Edtangels wird den Stab des... Ne, Umarmung ist der, ah? Boah, Junge Mhm Nice Da hab ich 161 Fähigkeitsstärke durch nur das 1 1 Ah, äh Oh shit Wie damage das macht Ist immer noch nicht reich Huuuuh Oh, ich hab alles auf cool da und deswegen kommt's nicht machen, ey, was ne Scheiße Was ist gefischt? Jawoll Soll er brennt in der Hülle Oh, ne Graven Oh, ne Graven Oh, ne Graven Oh, ne Graven Lauf David Verholen wir Mach ihn einfach weg, ja, ne Nice Ein hin und an her, ey Es fühlt sich schon an, als würde das Game ewig gehen Es geht aber erst nur 19 Minuten 15 Umhüllt von Sternenlicht Ich kann halt nix mehr tun, egal wo ich reingehe, ich stehe, aber... Warum kaufst du auch Borg, Steven, auf Katharina? Das ist gut, das geht besser. Ja. Das hält die dann als dritter Angriff, oder was? Oh no. Oh no, lass mich. Oh no. Scheiße. 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 Nein. Nein. Nice. Da war ein Towerger an, der Typ. Ah, da war mein Schlüssel spät. Die Weiche des Weltraums lässt viel Zeit zum Nachbinden. Ich fahre, ich hab' gefeiert. Dreieinhalbk Gold, lass mich weg. So, da war ich back. Jawohl. Jawohl. So, da war ich. 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 Die drückt auch so viel Damage. Der Blonk ist halt Bam Bam tot oder Bam Bam sie ist tot. Daaaamn Snipes! Nein! Ich mach gerade eben erst wieder live. Alter was sind Schaden. Daaaamn. Daaaamn. Mein Geist und Körper ist voller Hoffnung geschmiedet im Stern. Ich brauch noch ein bisschen Cash, dann verkau ich noch meine Boots und hol mir noch kosmische Antriebs. Daaaamn. 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 Jaaa. Nein! Daaaamn. 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 In 20 Sekunden. Bestrebend sehen wir das. Genau. Daaaamn. 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 Das Alexander Dar Cha sigle hier in 12 igual. Aber ist ein hin und her hier. 의vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvahvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvjvvvvvcvvvvvvv Ja gut, der hat schon ein bisschen Leben weg gehabt Na okay UUCH! I think dead So, Schuhe weg, kosmischer Antrieb her Ah, es reicht trotzdem nicht für 1000 AP 998 Meine Ult macht 1500 Damage ohne Deine muss auch schon mega viel Damage machen, oder David? Meine Ult? Was weißt du total? Boah, wenn du schon lachst Über 2k wahrscheinlich 5800 Als ob! Was? Shit, ey Sag gar nicht, Bro Der hat ihn nur berührt und er ist gestorben Aber mit Getränk bin ich über 1000 Ja, ich bin bei 1853 Als ob du auch so viel hast Ach so, Ult Damage, nicht AP Okay Der Hof war schon seit Äonen nicht mehr verhandelt Wie macht den? Ja, Ult Damage habe ich gemeint Okay Ja, ich auch Als ob man in-game 5000 AP hinbekommt Dann würde ich mit Q schütten Selbst mit Weiger müssten wir ewig zocken Oh 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 Passch auf Nein Das war doch blöde Hau Hauh 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 Achso, hab ich nicht geglaubt Hauh 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 Ich glaube, das kommt wirklich mit dem Einsatz Nee Ich denke das ist schon weit Ich glaube, das kommt nicht schon weit GGEEBP Flex Ja, wenn du aufstehen würdest, kommt ein bisschen breche mit hoch, alle Boah so muss das das ist perfekt da hast du was geleistet ggwp happy angel hey ho ich schau dir gerade zu bist auch fleißig am markensammeln also diesmal habe ich mir den pass nicht geholt dass ich frühs mit david bis frühs um 6 uhr zocken muss weil ich den pass vergessen habe aber ein paar mädchen haben wir glaube ich schon 80 ja komm da darfst du noch eins machen wenn du bock hast david würde ich noch ein bisschen etwa daylight spielen sind die neuen patch schon draußen also hat er schon seine doppel q oder noch nicht das fehle ich nicht wie doppel q ja mit den neuen patch hat er doppel q what the hell das ist ja da rius oder gibt mir bitte ehrgeber im irgendeinen an da oben nun wir noch danke mein rollo ich habe bock in laurie in laurie halten in Gott, King, Darius! Ich muss noch umändern! Nein! Ah, dann muss ich halt so machen. so jetzt noch mal ein paar muskelpakete auf unserer seite jetzt wird rasiert gegen eine reine frauencrew stimmt die freuen sich auf die muskelpakete vor allem der schack oder freut sich am meisten jetzt gibt es hier tentakel action blablabla jetzt wissen wir auch warum die ella sich dem meeresgott zugewandt hat ja 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 Jaaa, hat Vipinger, ey. Bist du Goddrinker vollgegangen, David? Ja. Hä, was war ihr Plan? Ich glaub, die drohlt. Die drohlt? Die drohlt, die drohlt. Was haben die Lux? Geht. Die drohlt, die drohlt, die drohlt. Ohhhh, 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 ohhhh. Oh f**k. Easy Steven, hab ich gehört. Oh, meine Nase. Ich hab grad... Spell im Jeroen ist er. Spell im Jeroen. Kann echt sein, dass die irgendwie rein trollen, oder? Ja, ich glaub, die sind nicht unbedingt von den Dornen. Die Q ist mit 1000 Jahren da drinne. Na man, also Morgana Q ist echt... Oh, mein Game hinkt. Dein Game hinkt. Ja, das hat grad gehungen. Oh, shit. Oh, Meno. Oh. Alles auf. Ja, die ist mit wenig Leben jetzt davon gekommen, ey. So war's dann, ey. Shit. Oh, wo ist er? Oh, shit. Oh, Gott. Du bist geklatscht. Ja, ich hab' den Flug geklatscht. Oh, shit. Ich hab' den Flug geklatscht. Ja, ich hab' den Flug geklatscht. Ja, ich hab' den Flug geklatscht. Oh, jetzt kann ich meinen Ult gar nicht nochmal einsetzen, ooooh Oh fuck Nice, für mich slim Nice David, 7-1 What the heck Was, jetzt schon? Vigo is his champion Ich finde nicht mein Assist, oder? Schau mir mal das Leben dahinten Nein, ich guck mal nicht Also by the way, David, Tokyo Revengers wird jetzt langsam cool Na Sind sie gerade da, wo der eine Typ nach dem Kampf den abgestochen hat Ich bin gespannt, ob er die wirklich so retten kann und so, dass alles so hinhaut Nein, die hat mich weggehauen mit ihrer Ult Ohhhh 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 Ich bin auf dem Weg Oh, da ist... Oh, da kommt sie wieder raus Ohhhh Nein, weil ich neid drauf und sie stirbt, hoffe ich Nein Nein, sie hat ihr Kackschild Ohhhh 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 Nein! Ja! Nein! Nein! Oh, der Victor geht auch noch drauf. Wo sind wir, David? Okay. 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 Wow. Oh, der geht ja auf den Sack. Okay. 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 ist aber auch irgendwie wieder so anstrengend oh ich lebe noch oh david geht rein wo we go out some prop champ oh fuck nein 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 da ist die ich habe noch nicht mein erstes gekriegt ich glaube der schakow wartet nur dass er ein kill stehlen kann ich habe noch nicht Entschuldigung ich weiß jetzt alles Leben neu schmieden Keiner da Stopp Halt Stopp Oh Fuck Damn it Shit Oh 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 They lead 9 Oh 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 Oh, David, was du? Oh, ne? Der Schako, ne? Ey, irgendwann finde ich den! Ich werde ihn finden. Dich jagen. Dann töten. Deinen Kopf in Pudding drückst. Alvego ist auch übel. I'm broken. Hast du eigentlich so fucking viel Leben? Weil ich Tag-Items hab, bin jung. Aber nur 250? 650? 1.000? Ja, gut. Ich glaube, wir sind 17. No, what? What, what? I said, what, what? In the butt. I said, what, what? In the butt. Ob die unsichtbar wurde. Heißt, ob die mich weggehauner. Nein. HALTER! Nice. Boah! Als ob mich das getönet hätte. Warte. Philipp. End. Warte. Warte. Da ist immer noch ein Autotag auf Kaul immer. Da ist noch nicht vorbei. Ah, schon wieder. so ein anstrengendes game und wir haben einen neuen zuschauer was wir dafür dass du da bist sehr gute kombi auch wenn ich aber rein will direkt stoppen boah kiana lebt noch mal an kiana tot ich hab mich schon um den rest gekümmert wir haben wohl gewonnen 3 richtig gute games ups ja Aber gut, dann sind wir fertig für heute Philon und schön, dass ihr reingeschaut habt, wenn ihr Turn habt. So in 10 Minuten geht es weiter mit deinem Leid. Ich gebe erstmal schön ein Ast aus dem Rücken drücken und dann geht es weiter. Also, das war's am Dienstag, haut rein!